Nein, 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 so Wie gesagt, manchmal ist einfach die Kamera so verkackt Also, wie war das jetzt hier? Ah, ok, ja, Entschuldigung, ich hab besser gewusst Wahnsinn Und der Schalter sorgt dafür, dass das Schiff wieder normal gerade steht So kommen wir an diese Kapsel und damit ist Skydeck abgeschlossen Und zwar in einer Zeit, da wo ich mir denke Gott, bin ich schlecht Bin ich schlecht, Wahnsinn Ja, wie gesagt, ich bin da nicht so gut in dem Sonic Stage mäßig Also in anderen vielleicht, aber nicht in Sonics Hier Vielleicht, aber untersuchen wir doch die Brücke Ja Ähm, da hinten wird's jetzt interessant Denn hier hinten können wir folgendes machen Wir können hier was eingeben Namek, nee Ja doch, so heißt ein Freund von mir Aber nein, wir gehen da mal ein Ah ja, genau, also gehen wir erstmal G Au Okay Machen wir mal Egg M A An Ja Dann in hier Eggman Und wir haben's geschafft In dem Fall kommen wir jetzt hier rein Und hier geht's in den Hier geht's in den Schaugarten West End Viertel Ja, so ähnlich Hier sind wieder zwei Ciao-Eier, wenn ich mich da nicht täusche Äh, irgendwo hier waren die doch Da ist eins Beispielsweise Knack Kommt, ciao, du musst dich doch Naja Jetzt haben wir grad, äh, aha Ja Ja, hier sind Ciao-Eier In den Schaugarten Und hier könnten wir dann irgendwann mal zurück Momentan allerdings ist das noch nicht der Fall Und wir gehen wieder durch den Tin-Port, an dem wir gekommen sind Wieder ins Schiff rein Genau Genau, genau, genau Jetzt machen wir Sonic Story noch fertig Sonst Wird ich ganz blöd Oder zumindest ein Teil davon noch Also wir gehen jetzt mal hier hoch Dring 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 Uh Drehen Dring Haha Sonic Was Zu spät Nicht das Vögelchen Ein Chaos Emerald Auf keinem Fall Weg 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 mit euch Mich euch Gamma Was wünschen sie, Meister Robotnik Hör da Halte mir diese Plage vom Leib Zeig ihnen, was du kannst Jawohl, mein Herr Enttäusche mich nicht Sonst Ready, fail Ihr müsst aufpassen Der Visite euch an Und schießt dann Also Holt euch erstmal Okay, man kommt nicht zum Leiden Ihr müsst ihn also ganz normal angreifen Das war's Eigentlich ziemlich einfach Sonic, gib mir den Rest Spinning Airstrike Move Los, Sonic Komm schon Attack Hör auf, Sonic Geh zur Seite, Amy Aus dem Weg Nein Nein, dieser Roboter ist mein Freund Er hat mir geholfen Tu ihm nicht weh Okay, wie du willst Du wirst schon deine Gründe haben Ja, Frauen sollte man nicht widersprechen, Leute Das ist ein Völliges Ungutes Ding Jetzt was Hey, das Raumschiff verliert an Höhe Wir stützen ab Behalte dich, Tails Hau mit Amy ab Aber was es wird aus dir Ich suche Eggman Und werde ihn außer Gefecht setzen Okay, Amy flieht also Und wir werden ihn Eggman jetzt suchen Und außer Gefecht setzen Was steht denn da? Hallo Geh zur Kapitänsmesse Die hab ich früher nie gefunden Wurde gar nicht so schwer werden Ihr geht einfach hier Und dann da rein Was zum Ich muss das Raumschiff In seine ursprüngliche Form Zurück verwandeln Raumschiff Da müsste ein Brücke Ein Schade sein Ich muss ihn finden Ja Dann suchen wir ihn mal Okay Wir haben hier allerdings noch andere Zugänge Die wir überall nicht reinkommen Ja Juhu Okay Wo könnte er das Wünschneiden Lex Was war das jetzt? Der Schalter zur Verwandlung ist in diesem Raum Wär's schön Das war ich jetzt aber nicht So Klar Hinter Also ihr müsst das euch so vorstellen Ich zeige euch das gleich Und zwar ist hinter dem Sitz Jetzt passt auf Ja Nochmal Ja Aha Genau Ich habe das hier gemacht Und das aktiviert ja diesen Schalter Wie ihr gerade gesehen habt Und jetzt auch gerade wieder seht Genau So Wir brauchen ja aber die Normalstellung Also Genau so Genau so wollen wir das haben Und jetzt kommen wir hier oben raus Beeil dich und greif in dir Hier in diese Kanonen Könnt ihr allerdings reinspringen Ganz lustig Moment Sind sie denn Da sind sie Genau die Dinger hier Könnt ihr reinspringen Mich abschießen lassen Wuhu Hier oben gibt's dann ganz sicher irgendetwas Später Aber in dem Fall Aber in dem Fall müssen wir jetzt Hier entlang Das Robotnik Was zum Ähm I Gilt Oh nein Nicht schon wieder I Gilt Chaos Ist das das gleiche Biest Chaos Entschuldigung Entschuldigung Ha 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 Oh ja Greif ihn jetzt an Sonic Greif jetzt an Sonic Froggy Ich muss Froggy retten Wenn das dein Freund ist Werde ich dir helfen Überlass das nur mir Jetzt habe ich sechs Chaos Emeralds Ich muss nur noch einen finden Ich habe sogar den Schwanz von Chaos gefunden Wer was Hat er gerade gesagt Er hat seinen Schwanz gefunden Na gut Chaos Chaos Zerstöre sie Chaos Sechs Ah Ziemlich einfach das Ding What the fuck Äh Ja das sollte nicht passieren Also als erstes Nehmt ihr so ein Ding Das Äh Genau Und dann Lasst ihr es einfach von Chaos einsorgen Achso Aua Nicht so Das ist schlecht Genau Oder er berührt ihn einfach Zack I can believe this Komm los Könnt ihr ihm auch entgegenwerfen Die Teile Aua Fuck you sing Wo ist vielleicht mal wieder zwei Ringe Das ist ein Ding 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 Das war's. Mit Legs. Das Spiel hat Chaos. Hey, I'll play with you some other time. Ja. 2 Minuten 3, das sieht doch schon eher nach etwas aus. Ha. Kommt nicht in Frage, ich kann das nicht glauben. Eggman, du hast verloren. Sonic! Hello, Knuckles. Hello, Knuckles. Du hast es geschafft und dich nicht verlaufen. Du bist ja wie Zorro. Bis zum nächsten Mal, Sonic! Nein, Eggman! Komm zurück! Wir müssen irgendwas tun, ich mein... Sonic, du kannst doch nicht einfach springen! Also, ich mein... Ja. Klar, wir springen einfach mal. Von dem Raumschiff, ja. Ich hasse Eggman. Wo bin ich? Was zum... Ähm... Okay, Ruine. Y-Szene, Fragezeichen. Ja, da hat sich was geöffnet. Ich glaube, er versucht mir etwas zu zeigen. Also, das Licht geht da rein. Jetzt ist Big spielbar. Momentan ist aber noch kein Eggman-Land-Trag, richtig. Nun ja, wie du machst, sei an dem Part, an der Stelle, sag ich mal, wenden wir das Ganze erstmals. Wowu! Genau. Ähm... Ja, das ist ziemlich unbequem hier, muss ich sagen. Alles zu zerstört. Genau. Ja. Hier beenden wir das Let's Play wieder. Und ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer noch. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Ähm... Kajan! Was doch... Ja, wir...